Leider funkt mir jetzt gleich ein Traktor rein in die Stille. Ich wollte jetzt nicht warten, bis er an mir vorbeigefahren ist, weil sonst hätte ich ja auch eine halbe Stunde warten müssen, bis ich überhaupt loslaufen kann. Also wird er mich wahrscheinlich gleich überholen. Was ich bemerkenswert finde, was man mal wieder nicht sieht und irgendwann holt ich mir wirklich eine andere Kamera ist. Da steht ein Pferd sehr schön zentriert und solange bis man das jetzt nicht sieht, wird jetzt einfach weiter gefilmt. Wie war das jetzt logisch? Jedenfalls möchte ich, dass man dieses Pferd jetzt noch sieht und diesen tollen Ausblick, wenn man hier aus dem Wald raus kommt. Das Caf Nähe Oberramstadt und Rostdorf hieß glaube ich auch so ein Caf. Deswegen auch da diese komischen Müllhaufen auf der Straße, die diesen Tieren entstammen. So, lassen wir erst mal den Bulldog vorbei. Puh, ich wollte doch nur das Pferd sehen. So, den schnuppert uns. So, guckt euch das. Jetzt hole ich mir eine neue Kamera. Ich hole jetzt auch eine GoPro. Da, guckt mal. Das sieht doch schon wieder nach Odenwald aus, oder? Das sieht doch schon wieder nach Odenwald aus, oder? Da, guckt mal. Da, guckt mal. Hier geht doch hin.